Ja liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. Mein Name ist Sandy LP. Hier auf der Seite seht ihr nochmal alle Splinter Cell Teile, die ich bereits Let's Play technisch durchgezockt habe. Channeling, Playlist Link und der Link zum nächsten Part sind hier auch mit dabei. Und jetzt ab zum Game. Jo, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu unserer nächsten Mission. In Mirawar, Irak Solo Kampagne. Folge den Spuren von komischen Waffen. Einsatzrekorde bei bestimmten Artikeln. Die Supermärkte können den Bedarf an Grundnahrungsmitteln wie Milch, Wasser und Konserven nicht mehr decken. Andere Händler melden den Ausverkauf von Campingausrüstung, Waffen, Munition und Erste-Hilfe-Kästen. Ein Marktleiter sagte dazu, es liegt an Blacklist. Die Leute wollen vorbereitet sein. Und wo wir gerade davon sprechen. Überall wird darüber nachgedacht, wie diese geheimnisvollen Blacklist-Attacken wohl aussehen werden. Überschriften wie Amerikas Konsum und Amerikas Blut haben sowohl unter Bürgern als auch bei Fachleuten zu wilden Spekulationen geführt. Es steht fest, dass Amerikas Konsum für einen Angriff auf Amerikas Lebensmittelversorgung steht. Ich habe bereits letztes Jahr in meinem Buch Amerika am Boden darauf hingewiesen, dass sie eine große Schwachstelle ist. Aha. Gut. Ja. Briefing starten. Ich habe geschlafen, Mann. Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich habe Rechte. Ich sage dir was. Wenn du ein Münztelefon findest, darfst du einen Anwalt rufen. Was Neues bei den Aufklärungsdaten? Ich versuche noch den Datenstrom abzugreifen. Ich brauche eine Minute. Entschuldigung, das Büro der Präsidentin meldet, dass drei DevGrew-Teams einsatzbereit sind. Danke, Olli. Man soll auf unser Zeichen warten. Rest to rest, gib her. Von dort ist das Geld auf mein Konto gekommen. Ist überwiesen worden. Irgendwelche Infos zur möglichen vierten Position? Die Analyse wurde gerade beendet. Das Geld kam vermutlich aus Mirawa im Ost-Irak. Grim, ich bekomme keine Bilder. Okay, Sekunde. Wir zweigen Satellitenbandbreite der MRO ab. Das größte der vier Lager, die wir gefunden haben, ist stark befestigt. Herhören! Wir können nur hoffen, dass Kobins Käufer in Mirawa ist. Ich wollte schon vor einer Stunde im Einsatz sein. Charlie, überprüfe die Satelliten und markiere alle Waffen, Fahrzeuge und Männer im Lager. Ich will selbst über Erbsenpistolen informiert werden. Alles klar. Rakes, Überwachungsdrohne vorbereiten. Okay. Grim, sprich mit DevGrew. Die greifen die anderen Lager an. Die übernehmen Mirawa. Keine Zeit für Vorbereitungen, Sam. Ähm, ja. Mission starten. Ich will nur, okay. Da wimmelt es nur so von Feinden. Rauch- und Haftkameras helfen dir bei der Orientierung, während du den Gegner verwirrt. Aha. Haftkameras. Haben wir dabei. Was heißt denn das hier? Blitzladung. Weiß eine Blitzladung. Drücken, um die Kamera mit einem betäubenden Blitz detonieren zu lassen. 6.300 Dollar. Nö. Also wir haben die... Was heißt denn das hier? Warum ist denn da so ein Ausrufezeichen dahinter? Würde mich mal interessieren. Ideal für Ghost Steel. Ja, ja, ja. Haben wir ja alles. Da ist denn das hier? Achso. Das muss ein Zeichen dafür. Ja, wir haben ja alles bei, ne? Also. Können wir die auch noch mitnehmen? Ah, okay. Also das Achtung heißt wahrscheinlich einfach nur, dass man das eventuell... Ja, hier unten steht es. Empfohlen. Alles klar. Gut. Na, haben wir doch jetzt, oder? Alles, was empfohlen wird, haben wir bei... Brille, Pistole, bla bla bla. Haben wir alles. Gut. Ben und Mission starten. Fallschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner unbemärkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Er ist tot. Er ist tot, Jim. Treffer. Ja, wenn wir mit Scharfschützengewehr vom Flugzeug aus, oder? Er ist tot. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Äh, wie der weiß? Fallschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner unbemärkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Treffer. Ist ja interessant. Er ist tot. Müssen wir wahrscheinlich auch noch aufpassen, hier, wem wir hier irgendwie erschießen und so, ne? Also, wem wir wann erschießen. Weil Typen, die hier so auf dem Haufen stehen, das kommt vielleicht nicht so gut. Die sollten dann vielleicht ein bisschen weggehen. Er ist tot. Sie ist vernichtet. So. Da sind die einzigen. Mal den hier mal. Treffer. Den müssen wir... Ja. Toll, die unterhalten sich jetzt. Guck ich da noch mehr? So, der haut ab. Dann können wir den hier killen. Feind erledigt. Hab ihn. So. Du kannst weiter vorrücken, Sam. Verstanden, Riggs. Gut gemacht. Aha. Rimm, ich bin jetzt zu unten, rücke vor. Mirawar, Ost-Irak. Sieht schick aus hier. Sieht schick aus hier. Bevor man mich entdeckt. Hab einen Trikopf, der mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei dem hier? Um Länge. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Aha. Achtung, unbemerkt bleiben. Ist ja... Ne, ich will ja eigentlich meinen, genau den Blick haben. Ja, keine Ahnung, geht es einfach erstmal hier so vor, war. Das ist jetzt eben noch kein. Kannst natürlich auch eine erhöhte Position suchen. So ist nicht. Ne, können wir nicht. Warum eigentlich nicht? Kann ich hier nicht hochklettern? Sagt mal an, hier. Ne, kann ich nicht. Mir liegt das aber jetzt hier an der Bühne. Ich gehe mal nochmal hier hinten gucken. Komm hier nicht hoch? Also man kommt... Aber hier kommt man hoch, oder? Oben nicht. Mit dem Quatsch. Wir liegen ganz leichen rum. Ne, also anscheinend kommt man hier nirgendswo hoch. Okay, also dann bleibt ja nur der Eneweg. Ganz klar. Hochinteressant. Merkwürdig, aber hochinteressant. Okay. Und es ist hier so schön hell, war. Freue mich richtig. Ich sehe immer noch keinen. Keine Ahnung. Ich jump erst mal zu dem Ding da. So. Wo ist eigentlich unser Ziel? Da. Da oben in 81 Metern. Unbemerkt eindringen. So. Ich sehe immer noch keinen Feind. Seit China zu sehen. Ich meine, es ist mir schon klar, das war mit dem Scharfschützengewehr. Fär mich auch der gegnerische Einheiten entlang deiner Route. Sie dürfen dich nicht sehen. Danke, Graham. Aha. Ja, nicht tödlich ist klar, ne? Und soll hier sein, hier sein, Gegner sein? Ich sehe immer noch keinen. Ja, äh. Äh, wie wohl? Die Tür können wir nicht aufmachen. Wo ist unser Ziel? Da oben. Oh, ich höre was. Wo denn? Keine Ahnung. Kann ich da hochklettern? Man kann. Sieh, ich krieg da auch noch. Irgendwann hat er gerade gesehen. Alter, ich sehe keine Feinde. Das kann nicht sein. Da kommt ihn nach. Magal die Chance nutzen. Der war hier nämlich ganz günstig. Hm. Ich glaube, den bringen wir mal lieber weg, wahr? Vielleicht hier so hin. Trikopter Reichweite erreichen. Ja, keine Ahnung, wa? Der springt auch immer gleich rin. Das mag ich irgendwie ja nicht. Oh, Mann. Wir sind immer noch ein schön laut. Könnten uns natürlich jetzt erstmal... Da steht noch einer. Wir können uns natürlich jetzt erstmal noch einen Überblick verschaffen, aber wir müssen da hoch. Probieren. Ach, scheiß, weiter. Er hat mich nur kurz gesehen. Gibt es denn da? Ja, liebe Freunde, vielen Dank für das Schauen dieses Parts von Let's Play Splitter Style Blacklist. Hier auf der Seite seht ihr nochmal alle Splitter Style Teile, die ich durchgezockt habe, Let's Play technisch. Und der Channel Link und der Playlist Link und der Link für den nächsten Part sind natürlich auch mit dabei, sofern dieser schon released ist. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Sandy IP. Und wir sehen uns im nächsten Info. Überblick.